Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ich hab noch gar kein Püpp gemacht. Moment, ich muss kurz synchronisieren. Bup! So, dann weiß ich jetzt, wann ich hier loslege. Gut Freunde, im letzten Part haben wir ja meine Fressen heftigen Bosskampf. Hab ihn gemeistert und... Da ist ein Leuchtfeuer. Da ist etwas komisches. Da ist ein Leuchtfeuer. Irgendwie hat er keinen Kopf, ne? Sieht komisch aus. Kann ich den anvisieren, ey? Ist das ein einmaliger Gegner? Ah, ich glaub, bist du ein Freund. Gut. Hui! Komm, hör auf damit, ey. Kann ich ihn backstabben? Ich brauch... Ich brauch das Leuchtfeuer. Der erinnert ein bisschen an den Boss aus Devil May Cry 3. Wow! Drecksack! Vengals Rüstung und so. Okay, komm, nimm, ey. Leuchtfeuer, oh Baby. Schau, das ist doch vermisst, ey. Urleuchtfeuer, ist so nett. Oh nein, da kann ich nicht rasten. Doch. Nein, aber dann kehre ich zurück. Leuchtfeuer, der Lichtsteinbucht. Das ist die Lichtsteinbucht? Vision voller Illusionen. Ja, guck mal, der sucht auch hier alles ab. Komm, wir folgen ihm einfach mal. Da, 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 da. Na, kommst du irgendwo rein? Ich bin viel schneller als du. Gut. Das war jetzt also so ein Megafeuer. Gut. Dann reisen wir jetzt mal zurück, ey. Oh, wow. Und schauen uns gleich mal die Rüstung an. Leider ohne Helm. Weil der Gegner keinen Kopf hatte. Toll. Kleriker-Parma. Eine von Klerikern und ein Pilgerer von der Parma. Ja, Kleriker habe ich auch ein bisschen gezockt. Und danach total verskillt, ey. Total. Weil ich nicht wusste, was mit Wille skaliert. Aber das sind Blitzwaffen und so. Und heilige Waffen, glaube ich. Und so. Ach, ja. Ich weiß jetzt, den Duftzweig, den benutzen wir jetzt, glaube ich. Wir leveln. Wir leveln, meine Freunde. Das tun wir. Verbrennen? Nein. Warte mal, wo ist die? Da. Hey, Süße. Habe ich Steine gefunden, zufällig? Eure Seele ist noch stärker geworden. Okay, okay, okay. Können wir unter... Ist das Flask verstärkt? Nein, haben wir nicht. Aufsteigen. Gut. Ja, was skillen wir jetzt? Ich glaube mal wieder ein bisschen stärker. Hier, so zack. 30. Müssen ein bisschen stärker werden. Ähm. Weil es geht jetzt voran, ne? Die Gegner werden nicht schwächer. So. Ähm. Hier, Anpassung. Das habe ich jetzt gesehen, ne? Das habe ich gar nicht gesehen. Also, in meinen anderen Charakteren habe ich das gemacht. Aber Anpassung, da können wir dann besser ausweichen und alles Mögliche. Hier, Angelegen oder so. Gift. Hä? Oder nicht? Oder verwechsel ich das jetzt? Warte, wie können wir hier Hilfe? Erhöht verschiedene Attribute, um zu überleben. Erhöht Beweglichkeit und andere Resistenzen. Genau. Ja, ja stimmt. Die Balance bekomme ich auch hier. Und ich kann dann auch besser, äh, also schneller Estus Flast zu mir nehmen und so. Das ist auch sehr cool. Vitalität. Und komm, und. Ja, bisschen mehr Leben. Bisschen mehr Leben ist immer gut. Die Musik ist wieder zu laut hier. Egal. Das überstehen wir. So. Was machen wir als nächstes? Ähm. Passt auf, passt auf, passt auf. Es gibt wieder so viele Gebiete, die ich erkunden will. In den Brunnen können wir jetzt auch rein. Ich weiß aber nicht. Hier wird nämlich, da habe ich mich gespoilert, aus Versehen. Hier wird nämlich so ein Typ irgendwann stehen, der uns runterlässt für Geld. Gut. Bruga hat mir auch mal gesagt, dass ich mal zu dem Typen hier soll, wenn ich gar keine Seelen habe. Oder zum Schmied auch. Denn dann gibt es, ähm, Sachen. Weil die dann Mitleid haben und denken sich, boah, der. Kann nichts. So. Duftzweig. Ich würde den Duftzweig auch gerne dafür benutzen. Also, ihr habt mir in den Kommentaren wieder geschrieben, ein bisschen gespoilert, dass man bei dem einem Löwen, da weißt du, da gibt es auch diese Statuen und der eine hat irgendwie nichts gemacht eigentlich. Aber der andere droppt dann den Schlüssel für, für, na sag schon. Ja. Ne, für diese Eule da. Dieses, was wir da hören, dieses hinter der Tür. Dieses komische Ding. Und ja. Das möchte ich aber nicht machen. Ich möchte lieber diesen befreien im Turm da. Der kann nämlich, äh, dann Bosswaffen schmieden. Und vielleicht haben wir ja irgend so eine geile Waffe. Äh, die mit Stärke skaliert. Lichtstein Zeldora. Okay, alles klar. Ach, guck mal, hier ist, warte mal, ich komme jetzt irgendwie ganz durcheinander. Okay, jetzt müssen wir da schnell durchrennen. Einfach schnell durchrennen und sterben. Schnell durchrennen. Oh Gott, das ist nicht gut. Ich möchte zu dieser Tür. Ich möchte zu dieser Tür. Mehr nicht. Nur zu dieser Tür. Nur zu dieser Tür. Da müssen wir jetzt schnell hier hin. Zack, komm, komm. Greifen. Und schnell runter. Yes. Easy. Huah. Huah. Hu. Huah. Ha, okay. Komm, weiter, 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 weiter. Hier ging's da, da drüben, ne? Wir haben bestimmt ein Leuchtfeuer verpasst, hundertprozentig, weil irgendwie ist das ziemlich viel, was wir hier gehen müssen. So, da hören wir was glitzern. Könntest du bitte nicht... Danke. Da weigert es sich einfach, Tür aufzumachen. Schön, der fällt runter. Ja, geil, ey. Hab ich sie nicht erwischt? Oh komm, die Exe hab ich doch erwischt. Das kannst du mir nicht erzählen, ey, das kannst du mir nicht erzählen. So. Sehr gut. Alles geplant. Oh, ich hab keine Ausdauer. Schön. Titanitscherbe, alles klar. Ach komm schon, ich dachte... Hä? Warum schließt du jetzt die Tür so langsam? Und da ist irgendwie eine rote Echse. Und jetzt hier runter. Ach. Was ist das denn? Oh oh, oh oh. Hab ich die Tür geöffnet? Ja, ne, oder? Nein, die war ich auch nicht. Oh, nein, hier sind kleine Zwerglein. Nehme ich auf. Ja. Was denn mit denen? Oh, die sind geruselig aus. Das sind ja Puppen. Kannst du gar nicht rasten an der Kiste? Leuchtfeuer, ja. Genau. Flammenschmetterling. Alles klar, wir werden angegriffen. Nein? Gut. Das ist keine Kiste? Bitte was? Na guck mal, der ist auch verwirrt. Bin ich? Nicht das kann das sein. Ach, meine Rüstung wollte ich doch angucken. Die haben noch Rüstung bekommen. Ähm. Wo sind die? Vargard, Bauern, Löwenkirig, alte Rüstung, Drangleic, Vangals Rüstung. Oh, guck mal, wie gut die ist. Wiegt aber auch, bitte was? 15 Kilo mehr. Huiuiui. Ah, die ist schlechter. Ah, was ist das? Jetzt machen wir so eine fette Rolle. Dafür sind wir aber besser geschützt und sieht irgendwie cooler aus, wenn ich das mal so sagen darf. Den Helm haben wir nicht bekommen. Könnten ja hier... Ach, mein Mist. Wir wiegen zu viel, ey. Mist, Mist, Mist. Machen wir das Schild weg. Nein. Egal, wir lochollen ja nicht zu extrem langsam. Ja, 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 beruhig dich. Beruhig dich, mein Lieber. Welches Schild hatte ich? Das hier, ne? Ja. So. Oh, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Einfach alles locker sehen hier. Komm, öffne dich. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Moment mal, ist das die Tür zu dieser Seite? Ist das der Shortcut vielleicht? Kann es sein? Ja, ne? 100%ig. Wow. 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 Da kam es an, ey. So ein Drecksding. Große Sense. Da oben können wir nicht hin. Na, guck mal hier. Nein. Da sind wir ein bisschen zu fett. Kommen wir hier irgendwo hoch? Nein. Könntest du mir hier... Kannst du mir hier ein Arm leihen? Hier, damit ich hochkomme zu dir? Okay, gut. Dann müssen wir jetzt hier lang. Aber ich denke immer Leuchtfeuer jetzt. Mann. Scheiß Ding. Hier links müsste doch eine Tür sein. Genau. Ja. Nahkampf kannst du auch, oder was? Ja. Okay, verstehe. Das ist ein ganz harter, was? Au. Ach guck mal, ne. Das ist falsch, ne? Scheiße. Wo bin ich denn langgegangen? Wo bin ich denn langgegangen? Ach, da oben. Da oben, ne? Ja. Genau. Und dann hier. Runter. So. Und plötzlich sind wir ganz woanders. Toll. Bei den ganzen Viechern hier. Ach, das ist der, der runtergefallen ist. Okay, Holztür. Gut. So, komm. Rennen wir einfach mal schnell hin. Da. Das ist der Shortcut, ne? Hundertprozentig. Och, hör auf damit. Ich dachte, wenn man nach vorne drückt, dann macht er sie schnell auf. Verschloss. Oh, nein. Das Ganze für diese verschlossene Tür? Ganz ehrlich? Wo fehlt denn dann der Schlüssel? Wo kommt der rein? Ja. Aber da gab's doch das... Also nach der Spinne ging's doch nicht weiter. Da. Yes. Egal. Schließen, schließen, schließen. Mach sie zu. Was hast du vor, Kleiner? Was hast du vor? Yes. Große Sense. Die droppen alle, die große Sense hier. Gut. Lichtsteinschlüssel. Okay, gut. Sehr gut. Sehr gut. Boah, ich dachte schon, der ganze Part ist jetzt für ein S. Aber es geht vor... Jetzt hört mal auf hier. Das gibt's noch nicht. Und hier ist nur eine Truhe. Okay. So, jetzt aber schnell öffnen hier. Schnell, 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 schnell. Kacki. Kann es sein, dass sie einfach unendlich kommen? Schnell heilen. Und was hast du für mich? Großschwert des Schwarzen Ritters. Großer Feuerball. Feuersamen. Okay. Keine unsichtbare Wand hier. Großschwert. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Könnt ihr das, unsere Waffe... Das weiß ich nicht. Ach, das ist das, oder was? Nö. Nö, nö, nö. Das ist auch gewertet. Naja, stimmt. Drangleck-Schwert. Hä? Wie ist das denn? Großschwert des... Ach, hier. Wow. Das sieht cool aus. Brauchen wir aber 16 Beweglichkeit. Ah, müssen wir auf Beweglichkeit skillen. Wiegt auch weniger. Ja. Warte, sind das beides Großschwerter? Weil dann könnten wir vielleicht mit denen zweihändig kämpfen. Äh, das ist ein Ultra-Großschwert. Ultra-Großschwert, ja. Gut. Sehr gut. Da brauchen wir jetzt nur noch 150% der Stats. Das schaffen wir, glaube ich, aber erst im New Game Plus. Und dann war's das. Prismastein. Sehr gut. Dann hätten wir hier jetzt alles erledigt, ne? Da hinten geht's ja nur zur Spinne. Ne? Und hier drüben ist ja nur... gar nichts. Tja. Ist das nur ärgerlich, dass die andere Tür nicht aufging. Gut, Freunde. Dann weiß ich auch jetzt, in welches Gebiet wir als... Ach, den Duftzweig. Den Duftzweig möchte ich ja noch... anmachen. Aktivieren. Du weißt schon. So, wo waren wir hier oben nochmal? Kurz alles aufchecken hier. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt mal... Wie gesagt, wenn ihr ein paar kleine Tipps habt, wie zum Beispiel diese Tür, ob sie vielleicht ganz spät ist, öffne oder so, keine Ahnung. Dann sagt mir Bescheid. Wenn es hier noch irgendwo weitergeht, zu einem besonderen Gebiet, sagt auch Bescheid. Ich gehe jetzt aber in ein ganz anderes Gebiet, nachdem wir die Bosswaffen... den Bosswaffenschmied da befreit haben. Und ein bisschen rumgeschaut haben, was wir denn da so schmieden können. Da darf ich nicht vergessen, dann die Bossseelen mitzunehmen. Genau. Weil sonst muss ich ja hin und her fliegen. Oder kann ich an jedem Leuchtfeuer zugreifen? Das weiß ich gerade nicht. Ich nehme auf, ne? Ja, gut. So, können wir hier zugreifen? Gegenstandskiste. Ja! Dann nehmen wir jetzt mal die Seelen mit. Ähm. Ach, guck mal, nein. Doch, 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 doch. Doch, da sind die. So. Ähm. Wo sind denn die? Da sind die. Ja, sehr schön. Eui, eui, eui. Ähm, ich würde gerne mitnehmen. Hä? Sortieren, auswählen, zurück, Info-Anzeigen, umschalten. Ah, ja, ja, genau. Hier. Auswählen. Auswählen, auswählen, auswählen. Genau. So. Dann reisen wir jetzt Richtung, äh, wo war denn das nochmal? Ähm. Das war irgendwo hier. Nein, das war irgendwo hier. Ich glaube nämlich hier. Ja, 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 ja. Okay. Dieser Part wird jetzt wieder, wir suchen einfach ein paar Sachen, ne? Ist jetzt nichts so Besonderes, aber auch das gehört zu Tagsholz. Ein wenig rum experimentieren, rumsuchen. Ja, ich hab Hunger. Ein bisschen bekomm ich gerade Hunger. Heute gibt's Suppe. Aus der Dose. Und sonst so? Ich verschwinde hinter diesem Ding immer, das nervt. So, ich muss gerade hinsetzen. Ich sitze hier mal. Hallo. Hey, ich bin Holly, ey. Also übrigens immer noch der fünfte, vierte. 2014. 2012. Gott. Das war nur ein Scherz. Ne, okay, warte mal. Wo müssen wir jetzt hin, ey? Das ist jetzt, jetzt geht die große Suche los. Ne, 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 ne. Hier war ja der Bosskampf und der kommt eindeutig später. Das heißt, da lang. Unten geht's jetzt zum Glockenturm. PvP-Kämpfe. Mäh. Nicht gut. Und wir müssen noch da zum Gebiet, wo der, ähm, Elefant kam. Der übrigens ein geiler Gegner war. Dort gibt es ja dann ganz viele Pharos, ähm, Dinger. Meinte Bruga und ihr auch. Dass es dort sehr, sehr viele Pharos Dinger gibt. Und tschüss. Nicht gut. Das ist nicht gut. Mein Gott, die hasse ich. Die sind nicht cool. Die sind ganz und gar nicht cool. Aber das heißt, ich bin auf dem richtigen Weg. Denn da, wo der Typ war, waren sehr, sehr viele von denen. Ach, guck mal, hier oben hin. Genau. Ach, übrigens, da bin ich auch runtergesprungen mit einem anderen, ähm, Charakter, den ich erstellt habe. Charakter. So. Da gab es aber nichts, nichts Besonderes. Das machen wir gleich mal. Komm her, Kumpel. Ich habe doch kein Feuerschwert. Warum explodiert das? Wegen den Funken? Ad oben gibt es auch ein Leuchtfeier, ne? Genau, hinter dem Typen. So. Auf geht's. Wer will zuerst? Du? So. So. Yes. Okay. So. Doffzweig. Yes. Hallöchen. Hallo. Ich möchte mit ihnen reden. Was ist los? Dazu bin ich nicht zuständig, ey. Ja, gut, ey. Ich bin straight. Ich bin gay. Ich bin ein Gäste für ein sehr langes Mal. Aber ich glaube nicht, dass jemand mich vermisst. Ach doch, ich habe dich ein bisschen vermisst. Jetzt können wir mit dem etwas länger reden. Vielleicht kommt er dann nach Majula. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Genau, der hat auch noch Zauberer. Zaubersprüche. Ist auch dann sehr wichtig für unseren Zauberer. Geste erlernen. Hier haben wir Verhöhnen-Geste. Und da können wir jetzt mal ein bisschen kaufen. Oder Moment mal. Doch. Ne, Moment mal. Hä? Der verwandelt doch. Oh mein Gott. War das nicht der? War das nicht der? Der war das doch. Aber ihr habt das doch auch geschrieben. Ihr habt das geschrieben, diesen Typen hier, weil dann kannst du Bosswaffen machen. Drang Lake. Drang Lake. Ich habe nie gehört, den Namen. Ist das, was sie jetzt nennen? Das ist das, was sie jetzt nennen? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und das ist das, was sie nicht nennen? Ich bin. Ich bin. Sie sind die Schmerzen, wie eine Plage. Einige Leute würden lieber die Dreckige Dinge aus der Sicht, aus der Sicht. In der Ende, sie sie aufzuholen und sie hier entdeckten. So sehr typisch von schmerzlichen Gehirn, nicht wahr? Hier, handeln, oder? Seele des Verfolgers. Verfolger Ultra-Großschwert. Hier, meine Güte. Ich dachte schon, ey. Den Wachenseele. Okay, das skaliert auf jeden Fall mit B-Stärke. Gibt es ja etwas, was mit A-Stärke skaliert? A-Stärke. Mit meiner A-Stärke. Zwillingsklinge. Die habe ich schon gemacht. In meinem Test-Character. Was ist das hier? Gargoyle-Zweizack. Das ist Beweglichkeit. Beweglichkeit. Riesenstein. 45, ey. Wow. Bin ich noch langsamer, ey. Da freut ihr euch, oder? Nicht, dass ich das noch mache. Pass auf, dann machen wir jetzt mal... Wollen wir das hier machen? Das Ultra-Großschwert? Wollen wir machen? Wollen wir es machen? Wollen wir 18 Beweglichkeit? 18 Beweglichkeit. Kriegen wir es hin? Wenn nicht, habe ich ein Problem, weil dann habe ich gar keine Waffe. Ähm, Stachelkeule. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Ja, hier haben wir noch ein paar Zauberdinger. So, kommst du jetzt irgendwo hin? Wieso habe ich meine Waffe noch? Ja, ja, der große Strait, genau, genau. Was? Ich habe dir was gekauft. Voll die Zicke. Okay, jetzt haben... Wieso habe ich mein Schwert noch? Verschwindet mein Schwert nicht? Das wäre geil. Tatsächlich, hier ist es... Guck mal. Das ist natürlich jetzt schwächer, weil wir es aufleveln müssen. Okay, sehr gut. Das ist geil. Das ist sehr geil, dass die Waffen bleiben. Brauche ich nur die Seelen für, oder was? Hm. Ist noch ein sehr... ein Mysterium. Ähm, pass auf. Jetzt fliegen wir aber ganz kurz nach Majula. Und, äh, versuchen erst mal zu leveln und dann die Waffe irgendwie, ähm, äh, zu verbessern, damit sie auch ordentlich Schaden macht, ne? Weil jetzt ist sie natürlich schwächer als mein, äh, Ultra-Großschwert da. Und dann geht es, äh, endlich in das nächste Gebiet. Wahrscheinlich im nächsten Part erst. Das ist hier wieder eine kleine Vorbereitung. Oh, da kann ich mich beobachten, wie ich rede. Und jetzt das Leuchtfellentzünder. Pff, sexy. So. Aufsteigen. Aber ich glaube, ich kriege nicht mal ein Level hin, oder? Doch, eins. Ich brauche 18, ne? Machen wir einfach mal. Machen wir. Wow. So, passt auf. Wir haben doch noch ein paar Seelen, oder? Ähm. Da, hier, Seelen ist Helden. Benutzen. Benutzen. Und fertig. Toll. Wie sieht das denn aus? Das könnten wir mal gucken. Vorfolger Ultra-Großschwert. Yeah. Das sieht schon stylisch aus. Es hat das gleiche Angriffsmuster. Okay. Hat sich das gelohnt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Direkt ein Vergleich? Nicht. Okay. Gut, gut, gut. Schade. Pass auf, pass auf. Habe ich noch etwas vor? Ich glaube, ich habe nichts mehr vor. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Ich weiß jetzt nicht genau, wohin. Einmal leveln? Schaffe ich das? Ja. Nein. Ach so. Ach, ich muss... Scheiß drauf. Ich reise jetzt. Scheiß drauf. So, pass auf. Wir müssen jetzt nämlich, ähm... Hier hin. Zu... Da hin. Genau. Und jetzt müssen wir mit dieser Troller reden, die, äh, Wille... Wille verkauft. Und wenn wir mit der geredet haben, dann, äh... Landet sie... Da bei diesem anderen Ding und öffnet uns ein neues Gebiet. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich habe Speedruns geguckt, aber musste immer an dieser Stelle aufhören, weil ich da noch nicht bin. Und jetzt kann ich eigentlich mal hier das Gebiet da durchspielen. Ja. Ich müsste jetzt ein bisschen mit ihr reden. Zack, 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 zack. Noch wenig Platz in ihr Herzen. Okay. Wo bin ich hergekommen? Also... Okay, die... Ja, die reicht rum und, äh... Und... Ja, was? Und? Ähm... Und, 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 und bekehrt jeden. Oder sowas. Pass auf, wenn wir jetzt die jetzt... Oder müssen wir noch einmal. Nicht, dass ich jetzt einmal zu wenig angesprochen habe. Haha, endet es? Haha, sehr gut. Ja, das kann auch sein. Die ganze Zeit nur am Lachen hier. Okay, kommen wir runter hier. Das weiß ich natürlich irgendwie ein bisschen Verschwendung mit dem Großschwert. Hey. Können wir die Stellung halten. Warte mal. Ich gehe eigentlich komplett falsch. Ach. Ist doch ziemlich warm hier, ne? Ich schmelze. Ich habe schon Kopfschmerzen davon. Soll ich Fenster aufmachen? Vielleicht, ja. Wäre ganz cool. Da seht ihr jetzt meine Freundin. Wow, wie sie ein Fenster aufmacht. Ist doch lustig, wie dein Bier steht neben der Pflanze. Weißt du, man sollte die Pflanze immer mit Bier gießen. Das lässt sie wachsen. So, einmal noch nach Madjula. Zack. Wow. Was für eine schwere Luft. So. Und jetzt müsste sie da unten irgendwo stehen. Ich hoffe, das ist das nächste Gebiet. Ansonsten müssen wir den Brunnen runterspringen. Aber da steht dieser Typ noch nicht. Da muss irgendwie so ein Händler rumstehen, der uns dann runterlässt. Oder wir kaufen den Ring. Das ist aber eine große Verschwendung. Finde ich. So. Da unten, da war ja dieses Drehdings. Ich hoffe, das klappt. Oder man muss sich vielleicht einen Wille-Zauber kaufen. Ich weiß es nicht. So, hier unten muss sie jetzt stehen. Da steht sie auch. Sehr gut. Hi. Hier komme ich angerollt. Oh, hallo da. Ein Höhung, zu sehen Sie wieder. Nein, eigentlich nicht. Du willst nur, dass ich was kaufe. Boah. Fahrt begehen. Hier. 2000 Seelen. Gut. Echt. Blöde Kuh. So, und jetzt dreht sich das Ganze. Und jetzt. Ab hier durfte ich nicht mehr weitergucken, die dämlichen Speedruns. Alles klar. Ja, 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 ja. Mhm. Gut. Möge die Macht des Käsepiks das auch ein Teil von dir sein. So, weiter geht's. Okay. Runter geht's schon mal nicht. Beziehungsweise es geht runter, aber ziemlich tief. Und da möchte ich jetzt nicht hin. Vielleicht ist es auch ein kleineres Gebiet. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn die Speedrunner hierhin rennen, dann muss es hier etwas Besonderes geben. What the fuck? Ey, das ist... Können wir nicht anvisieren. Das ist auch so ein Typ im Rollstuhl. Nur in einem Stuhl, ohne Rollen. Ich weiß es nicht, wer du bist, Bobo, aber... Lass mich auf dich. Die Fremdheit der Wege zerstört, aber es ist schmerz. Lass mich allein. Ich bin interessiert in eine Sache, schmerz. Und du hast es nicht begonnen. Hm, okay. Können wir hier nur als dunkler Zauberein hin? Leuchtfeuer! Yes! Jägerhain. Werden nicht sterben? Gut. Alles klar, jetzt sind wir im Jägerhain. Sehr... Oh. Ein riesiges Mausoleum. Was wird uns dort erwarten? Oh, übrigens wollte ich noch ein ganz anderes Gebiet auschecken. Genau, das wollte ich auch... Das habe ich ganz vergessen. Das machen wir alles im nächsten Part. Jetzt haben wir uns vorbereitet für das nächste Gebiet. Es war... Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ich weiß nicht, viel passiert, viel geredet. Eine Waffe gekauft, die nichts nützt. Eigentlich haben wir voll verkackt. Aber gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Dark Souls 2. Und da geht mehr Action ab. Bis dann.